Lieber Dieter Bosse, liebe Mitglieder des Wintersportvereins Bad Freien Walde, lieber Herr Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke, sehr geehrter Herr Skiverbandspräsident, Dr. Franz Steinle und werte Anwesende, zum 100. Jubiläum des Wintersportvereins Bad Freien Walde sende ich euch heute von hier aus meine herzlichen Grüße. Ich gratuliere zur erfolgreichen Arbeit in eurem Verein und wünsche weiterhin natürlich Begeisterung und Leidenschaft für die Faszination Wintersport und besonders natürlich für das Skispringen in eurer Kur- und Sportstadt Bad Freien Walde. Weiterhin gutes Gelingen mit eurem Trainer Stefan Wiedemann. Und vielleicht schafft er es ja einmal, das große Talent aus eurem Verein auf die ganz große internationale Spitze zu bringen. Dafür wünsche ich euch viel Erfolg und sage Prost zu 100 Jahren Wintersport in Bad Freien Walde. Und du sagst besser trumpet einfach wirklichкой Unten sich meine Anwesende. Und Sie haben auch ein lockingeti Re vegetation, ich pra friendegere, für mich eigentlich gar nicht mehr. Und das war eineもし reinforcing also ich sagte mir nicht.